Hallo, ich wollte euch noch mal ein paar Tipps geben zu dem neuen Visier. Man kann das also auch sehr gut hochklappen. Hier an der Seite mit den Schrauben kann man das dann feststellen. So, dann noch ein Tipp zum Zusammenbauen. Das kommt in Einzelteilen und man würde diese Klettbänder einfummeln. Denkt dran, dass ihr das eine Klettband so rum und das andere so rummacht, damit es dann auch klettet. Und ganz zum Schluss die Folie abziehen. Auf der einen Seite ist Papier und auf der anderen Seite ist eine ganz durchsichtige Folie. Ich würde das Ganze am Schluss machen, damit man das Visier nicht verkratzt. Ja, dann könnt ihr damit starten.